Liebe Emrecherinnen und Emrecher, ich melde mich hier am Rande der Rheinpromenade aus dem Rheinpark. Wir stehen hier auf der Autoverladestation und das Wetter ist hervorragend. Die Kinder haben Ferien und können dieses schöne Wetter genießen. Der Inzidenzwert im Kreis Kleve liegt bei 112,7. 44 Personen in Emre sind infiziert und 111 Menschen müssen derzeit in Quarantäne aushalten. Die Maßnahmen für die Ostertage und für die kommenden Tage überhaupt sind über das Land und über den Kreis Kleve nochmal verschärft worden. Und auch wir in Emrech werden über Ostern nochmal zusätzlich eine Allgemeinverfügung herausgeben. Das Tragen der Maske ist für Fahrradfahrer und Fußgänger an der Rheinpromenade und im Rheinpark Pflicht. Wir haben gesehen, dass sich dort, wo es schön ist, sich immer mehr Menschen ansammeln und sich nicht jeder an die allgemeine Regelung, Abstand halten, Maske tragen, wenn es voll wird, sich nicht halten. Deswegen nochmal die zusätzliche Allgemeinverfügung. Das Wetter bleibt schön, das Wetter ist schön, allerdings Ostern wird anders verlaufen. Auch schon im letzten Jahr hatten wir keine Osterfeuer, keine Möglichkeit, große Familienbesuche zu machen oder für die Kinder ein großes Eiersuchen zu veranstalten. Auch das wird in diesem Jahr leider so sein. Wir werden noch weiterhin Geduld haben müssen. Wir haben aber trotz alledem Möglichkeiten, per Schnelltest uns darüber Gewissheit zu verschaffen, sind wir infiziert oder nicht. Dafür gibt es das Schnelltestzentrum am Kap Haunenberg und jetzt zusätzlich das Schnelltestzentrum am Krankenhaus. Jeder kann sich dort einen Termin machen und ich habe gehört, das funktioniert relativ reibungslos und geht auch sehr schnell. Ich wünsche Ihnen für die Ostertage, bleiben Sie gesund, halten Sie sich bitte an die Regeln, denn nur so können wir sicher sein, dass wir hoffentlich zum Jahresende, zur zweiten Jahreshälfte die Situation insgesamt verbessert vorfinden. Alles Gute, schöne Tage.